Sie macht das an der ersten Seite, sorry, natürlich kommt man den Warten, das ist immer weltweit. Glückwunsch zum 1.5. Finale, vielleicht sind wir ja auch noch nachgeguckt. So, also wenn wir noch mal aufhören, dass es für die Schweiz und für Österreich hier in Australien echt top läuft. Also immer ein paar der Ladrisse, in den letzten beiden Sohne-Futungen allein 18 Sterne beruht, dass auch die Nola und der Gattenweg, der sie halt schwindelig und dusselig gelagert, gelogen haben. Ja, ich glaube, die Stimmung kippt auch ab. Ja, ich glaube, die Stimmung kippt auch ab.